Kevin, gibst du mir recht, wenn ich sage, dass heute mehr drin gewesen wäre? Klar, absolut. Also ich glaube, ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen, weil Wolfsburg hatte, glaube ich, keine hundertprozentige Chance. Leider kann ich mich auch an keine Situation erinnern, die wir vorne hatten. Und wenn du vorne natürlich keine Chancen kreierst, dann kannst du auch normalerweise kein Spiel gewinnen. Martin, keine Punkte hier in Wolfsburg geholt, trotz Überzahl, eine Halbzeit lang. Woran hat es heute gelegen? Ja, dass wir in der zweiten Halbzeit vor allem nicht schnell genug und es schlossen genug gespielt haben, auch im letzten Drittel dann mit Zug zum Tor. Das hat gefehlt und Wolfsburg, glaube ich, dann letztendlich die eine Chance genutzt, die wir in der zweiten Halbzeit hatten und jetzt stehen wir mit den Händen da.